Arwen, hast du dir schon überlegt, als was gehen wir im Fasching? Hm, weiß ich nicht. Hm, das habe ich mir schon gedacht. So, wir können uns das vorbereiten! Arwen und ich sind große Manga-Fans. Überhaupt lieben wir alle möglichen asiatischen Fantasiefiguren. Unser absoluter Favorite ist aber eine berühmte japanische Figur, Hatsune Miko. Sie hat wunderschöne blaue Haare. Für ein perfektes Hatsune-Kostüm kann man anziehen eigentlich, was man will. Wichtig ist nur, dass man in den Farben lila, rosa, silber, schwarz und vor allen Dingen türkis ist. Um noch weitere Inspirationen für unsere Verkleidung zu finden, suchen wir im Internet nach Bildern von Hatsune. Hey, so ein Kleid habe ich ja. Ja, du, aber ich nicht. Ja, du kannst dann das eine Rosane anziehen, weil die Hatsune hat doch manchmal was Rosanes an. Hm, auch gut. Gut, dass wir so viele Sachen zu Hause haben. Aber ein bisschen Hilfe hatte ich, denn meine Fans aus Shanghai wissen, dass wir riesengroße Hatsune-Fans sind und haben uns deswegen schon das Wichtigste geschenkt, und zwar Hatsune-Perücken. Oh, 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 oh. Mal schauen wir sie können. Ich denke, wirgehen dieен定. Ich denke, wir Imagine das, wenn sie gehen. Oh, 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 oh. Ich denke, wir gehen lassen, deshalb dann auch. Zeit, um es rumzudrücken. Nein, nämlich leider. Arwen ist schnell angezogen. Aber ich bin noch etwas unschlüssig, was ich anziehen soll. Arwen, was meinst du? Ich finde das Klavierkleid am besten. Wirklich? Das Klavierkleid? Genauso aussieht das da. Meinst du? Na, dann probiere ich das mal an. Hübsch, oder? Was meint ihr? Und jetzt kommt die Perücke. Halt, noch nicht. Zuerst wird geschminkt. Die asiatischen Fantasy-Figuren haben immer besonders große Augen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Solche wollen Arwen und ich natürlich auch haben. Erst wenn wir fertig geschminkt sind, können wir uns um unsere blauen Haare kümmern. Jetzt kommt das Wichtigste, und zwar die Zöpfe. Und die klipst man auf der Seite einfach nur an. So, und ich denke, dass wir jetzt fertig sind. Jetzt sind wir echte Hatsunen. Zeitendlich ein super Lied von Hatsunen Miko zu singen und abzuschaken. Als was geht ihr denn im Faschen? Hatsunen Miko zu singen und abzuschaken.